Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir das Wochenhoroskop vom 14. September bis zum 20. September 2020 mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Wir wollen mal schauen, was erwartet allen in dieser Woche im Thema Liebe, Finanzen, Gesundheit, Arbeit, Familie, Freunde. Was ist das, was das Taro für dich in der kommenden Woche für uns alle parat hält? Bitte bedenkt Leute, dass diese interaktiven Videos nicht so tausendprozentig auf jeden zutreffen werden. Dafür habt ihr wie gewohnterweise auch die Möglichkeit, mich per WhatsApp anzuschreiben für eine private Lebung und wenn ihr mehr über euer Leben wissen möchtet. Also wir fangen mal an. Das Taro sagt mir noch nicht, dass okay, also das heißt, es gibt einige Hürden, einige Blockaden, einige Sachen, die noch im Unklaren sind, die raus müssen. Es wird eine ganz prickelnde, spannende Woche, das kann ich euch jetzt schon mal garantieren, diese Energie kriege ich schon. Leute, nicht verzagen, wenn ihr negative Sachen hört, das ist nicht schlimm. Diese Nachrichten, die ich habe, die gehen auch an euer Unterbewusstsein, ja. Das ist ganz wichtig, dass ihr das, wow. Die Liebe, ich habe euch gesagt, wir fangen immer mit der Liebe an und die Liebe will auch in dieser Woche wieder reden. Liebe, Finanzen, Gesundheit, Arbeit, Familie, Freunde. Was kommt auf euch zu? Also meine Lieben, in der Woche vom 14. September 2020 bis zum 20. September 2020 erwarten viele von euch in der Liebe eine Erneuerung, einen Wechsel, eine Veränderung, einen positiven Fortschritt, ein Aufeinander zuzugehen. Einige von euch werden sich mit ihrem Seelenpartner in Verbindung setzen, andere werden hier wirklich die Liebe neu leben, mit Ex-Partnern eine Kommunikation aufbauen. Hier geht es darum, in der Woche vom 14. September bis 20. September im Thema Liebe. Leute, wir haben hier einige von euch, die durch Einfluss dritter Personen ein bisschen aus der Balance geraten sind, ja. Andere von euch werden in der kommenden Woche sich zwischen zwei Partnern entscheiden müssen. Andere von euch werden diese Dreiecksbeziehungen entweder an den Nagel hängen oder sagen, yes, honey, we do it, wir gehen noch einen Step weiter und amüsieren uns noch eine ganze Ecke. Andere werden sich hier wirklich Blockaden lösen, die halt sagen werden, okay, weißt du was, es ist gerade zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber wir werden trotzdem diesen Weg weitergehen. In der Liebe ist es einfach so, Leute, in der kommenden Woche, ja, erwarten einige von euch eine neue Bindung, einen Schritt nach vorne zu gehen, ja, eine Kommunikation zu festigen oder aufzubauen. Andere von euch werden eine solide Basis neu gründen in dieser Beziehung. Andere werdet ihr wirklich Probleme, also Belastungen, die von außen auf diese Partnerschaft, auf diese zukünftige Partnerschaft, auf diese Ex-Kombination, egal in welchem Bereich, egal in welcher Situation du nächste Woche im Thema Liebe dich befindest, ja. Hier gibt es einen Neustart für viele, es gibt eine neue Richtung. Einige werden merken, dass es besser ist, die Segel zu ziehen und ab in eine neue Beziehung, raus aus dieser toxischen Beziehung. Und andere werden für sich selber feststellen, das ist der Mann oder die Frau meines Lebens. Und für diese Person, egal wie schwer unsere Situation gerade ist, ja, durch Kinder, durch Familie, durch dritte Personen, durch Überforderungen, durch Dreiecksbeziehungen, was auch immer der Einfluss im Thema Liebe nächste Woche sein wird, viele von euch, ihr werdet das Ruder rumreißen und für diese Partnerschaft, für diese zukünftige Partnerschaft, für diesen Seelenpartner wirklich weiterhin einstehen und der Liebe weiterhin eine Chance geben. Ich finde das ganz toll. Wir haben hier echt wirklich die Liebe ganz, ganz groß geschrieben, ganz weites Spektrum. Ich finde das total klasse. Was rät uns denn der Engel, das Orakel der Engel im Thema Liebe, Leute? Was rät euch das Orakel im Thema Liebe? Guck mal, die Inspiration, Leute, ich habe es doch gesagt. Lasst eure Fantasie freien Lauf, ja. Seid kreativ in der Liebe. Festigt diese Partnerschaft. Lasst eure Gedanken, eure Ideen raus, ja. Verwirklich eure Träume, um neu jemanden in dein Leben zu lassen, ja. Sei kreativ, sei offen, sei neugierig auf den neuen Menschen. Möchtest du eine Liebe neu aufblühen lassen, ja. Sei ein bisschen vielseitiger, bring ein bisschen Schwung rein, auch sexuell ein bisschen mehr aktiv zu werden, einfallsreicher. Die Liebe generell sagt dir oder rät dir, der Engel der Inspiration, sei neugierig auf das, was dich in dieser Woche im Abenteuer Liebe wirklich, ja, auf dich zukommt. Leute, verzeiht meine Stimme. Ich bin echt arg angeschlagen. Deswegen kann es sein, dass diese Tagesbotschaft, diese Wochenbotschaft, ehrlich gesagt, sich ein bisschen suspekter anhört, okay. Habt ein bisschen Verständnis für meine Stimme. Erst geht's weiter. Im Thema Kohle, ne. Wir haben Liebe, Finanzen, Gesundheit, Arbeit und Familie. Okay, im Thema Kohle, Leute, wir haben hier, dass einige wirklich eine totale Finanzspritze kriegen werden in der kommenden Woche. Es lösen sich Kredite auf, es kommen diese Anträge, auf die du so lange gewartet hast, die Steuererklärung kommt endlich, ja. Ihr werdet im Thema Finanzen viele von euch wirklich gesegnet sein mit einer kleinen Finanzspritze. Zumindestens werdet ihr unbeschwert sein, ihr braucht euch keine großen Sorgen machen. Für die Leute, die jetzt keine Finanzspritze kriegen in der kommenden Woche vom 14. September bis 20. September, macht euch keine Gedanken, okay, die Finanzen liegen gut, es gibt keine größeren Ausgaben. Hier geht es darum, sich zu befreien. Es geht hier in der kommenden Woche darum, wenn du die Möglichkeit hast, einen Kredit abzubezahlen, dann mach es. Okay, wenn du in der kommenden Woche vielleicht die Steuererklärung zurückbekommst und kannst ein bisschen sparen, mach es. Ansonsten gönnt euch was. Die kommende Woche lautet für euch wirklich für die Leute, die finanziell keine Probleme haben, wo man sagt, ey geil, ich habe jetzt ein tolles Buttkid bekommen, ich habe jetzt hier eine Geldannahmequelle bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Gönnt euch was. Es geht sich hier darum, sich was zu gönnen, ja. Vielleicht jemandem ein Eis zu schenken oder so wie ich war gestern mit meiner Freundin weg und wir haben uns richtig schöne Stunden gestern Abend gemacht und es war richtig toll. Oder am späten Nachmittag. Und hier geht es darum, dass ihr einfach mal eure Geldsorgen verlässt, also nicht verlässt, sondern eure Geldsorgen mal über Bord werft, ja. Und einfach mal wirklich euch selber was gönnt. Guckt mal hier, kehrt wieder ins Licht. Ich habe hier Leute, die sehr spirituell sind, ja. Es gibt hier Leute, die auch versuchen mit positiven Gedanken das Geld anzuziehen, das ist ganz toll. Hier rät ihr, dass der Engel des Lichtes rät ihr, geh in die Erleuchtung. Schaut mal, das ist ganz krass, ja. Ich habe hier diese medialen Fähigkeiten und ich habe den Engel des Lichtes, was ihr rät. Mache dir keine großen Sorgen, ja. Lass allen Ballast raus. Es ist wichtig, dass du einfach die Liebe in dir spürst, die Herzenswärme in dir spürst, okay. Dass du hier dir gar keine großen Gedanken machst, wie die Finanzen laufen. Alles wird gut, die kommende Woche wird wirklich ruhig sein. Sogar mit ein bisschen Glück gesegnet sein, dass du dir echt eine tolle Anschaffung machen kannst. Also keine Paras, Leute, die kommende Woche wird gut. In der Gesundheit, wir haben hier in der Gesundheit Menschen, die wirklich anfangen, sich zu stärken, sich zu stabilisieren, ja. Die angefangen haben, wieder zu kämpfen, den Ehrgeiz wieder haben werden, aus dieser Krankheit rauszukommen, aus dieser Geschöpfung rauszukommen, aus dieser Abgeschlagenheit. Wir haben in der kommenden Woche, 14. September bis 20. September, viele Menschen, die ihre Depression überwinden, die wieder in ihren Schlafrhythmus kommen, ja. Die anfangen, eine Veränderung vorzunehmen. Räumlich, extern und intern. Hier geht es darum, dass ihr gesundheitlich, Leute, wenn ihr unter emotionalen Schwierigkeiten leitet, ja. Dass ihr eure Vergangenheit loslasst. Dass ihr eure emotionalen Gefangenschaften loslässt. Dass ihr aus dieser Depression weiterhin rauskommt. Dass ihr eure Kräfte so sortiert, zu sagen, ich will den Neubeginn willkommen heißen. Leute, die kommende Woche ist echt eine tolle Woche. Es gibt, wie immer mal, Höhen und Tiefen, klar. Aber ich sehe auch hier, Thema Gesundheit vor allen Dingen, dass Menschen eine Kur beantragen, eine Kinderwunschklinik, aus einem Krankenhaus rauskommen, ja. Aus einer Psychiatrie oder zumindest aus einer psychologischen, therapeutischen Behandlung erfolgreich, ja, Resultate erzielen. Hier geht es darum, nach vorne zu schreiten. Alles, was ihr im Thema Gesundheit habt, passt ein bisschen auf den Straßenverkehr auf. Konzentriert euch ein bisschen. Die Prognosen stehen sehr gut, dass egal, was gesundheitlich gerade dieser absolute Tiefpunkt war, viele von euch werden es schaffen, da rauszukommen. Und das ist so. Ihr werdet den Durchbruch schaffen. Es gibt Menschen, die ganz lange Zeit am Kämpfen sind, um aus diesem Loch rauszukommen. Ja, aus narzisstischen, toxischen, gewalttätigen Beziehungen, aus 20 Jahren Depressionen schon, aus Suchtmitteln. Ihr werdet es schaffen. Es gibt etwas in dieser Woche, was der Engel des Lichtes auslösen wird in euch. Der Engel der Inspiration, der Glaube an euch, dass ihr aus dieser totalen Gefangenschaft der Gesundheit herauskommen werdet und werdet euch gesundheitlich stabilisieren. Schlaft gut, esst gut, ja, duscht euch jeden Tag. Das macht ihr eigentlich alle, aber es ist immer nochmal so ein Wahnsinn gedacht, vom Tarot zu sagen, Leute, es ist wichtig, sich jeden Tag zu duschen, damit die negativen Energien runterkommen. Die Hoffnung, schaut mal, Gesundheit und Hoffnung, ja, das ist ganz wichtig. Der Engel der Hoffnung sagt, bleibe dir und deinen Träumen treu, ab nach vorne. Ja, alle deine Herzenswünsche auf Freiheit, auf Geborgenheit, auf Liebe, auf Stabilität wird sich der in dieser Woche erfüllen. Du musst nur einen Tappen gerade ausschauen. Sei in diesen positiven Gedanken. Leute, ich sage es euch immer wieder, positive Affirmationen sind ganz wichtig. Alles, was ihr denkt und alles, was ihr äußert, geht direkt ans Universum. Es sind direkte Befehle für unser Unterbewusstsein. Okay, wünsche dir gute Sachen. Wünschst du dir Gutes, kriegst du Gutes. Wünschst du dir toxische Sachen, kriegst du toxische Sachen. Okay, dein Gedanke, egal ob positiv oder negativ, ist ein direkter Befehl für dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein wird dir den Weg aufzeichnen, ins Glück zu kommen oder ins Verderben. Also passt immer auf, was ihr euch wünscht, was ihr aussprecht. Okay, Leute, Thema Arbeit. Ich sehe hier, dass es für einige einen Fortschritt gibt. Also hier gibt es Menschen, die sich in der kommenden Woche um eine Selbstständigkeit bemühen, eine höhere Position bekommen. Menschen, die wirklich Arbeit finden werden in der kommenden Woche im Thema Arbeit. Leute, macht euch keine Sorgen. Ja, die Arbeit läuft total rund. Hier könnt ihr viele Sachen feiern. Hier werdet ihr es mit einigen Menschen zu tun haben, die etwas autoritär sind. Etwas, die vielleicht auch euer ganzes berufliches Umfeld sortieren. Das heißt, es kann aber auch sein, dass du anfängst, dein Umfeld zu sortieren. Dass du Gedanken dir machst, um eine neue Arbeit. Dass du versuchst, ein bisschen Ruhe in die Arbeit zu bringen, weil es Krach mit den Arbeitskollegen gibt. Hier geht es darum, in der kommenden Woche im Thema Arbeit wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen. Ja? Zu reflektionieren, zu schauen, was kann ich hier noch einbringen und was nicht. Okay, welcher Mensch tut mir gut und welcher nicht. Gehörst du zu dem Menschen, der noch Arbeit sucht? Ab nach vorne. Die kommende Woche ist ein guter Start für die Menschen, die noch keine Arbeit haben, um hier wirklich stabil eine Arbeit zu finden. Kommende Woche, Leute. Es gibt Menschen, die sehr spirituell sind, die anfangen, in die Meditation zu gehen. Die sich als Heiler vielleicht selbstständig machen wollen. Oder halt einfach ihre Gaben neu aufsprudeln lassen und auch das mit anderen Menschen konntun. Also die Arbeit generell läuft nächste Woche gut. Ihr werdet Menschen ausbremsen, die euch nicht gut tun. Ihr werdet Menschen auch ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin sein. Das heißt vielleicht im Ausbildungsbereich, dass ihr andere Menschen unterstützt, Lehrlinge unterstützt. Hier geht es darum, im Thema Arbeit straight Ordnung reinzubringen für ein gutes Arbeitsklima oder für einen Neustart auf der Arbeit. Okay? Hier geht es darum, hier der Engel der Dankbarkeit. Ich möchte dir einfach sagen, sei dankbar für das, was du hast. Ja, sei dankbar, dass du einen Job hast. Sei dankbar, dass du so empathisch bist. Sei dankbar, dass du diesen Job überhaupt langfristig ausüben kannst. Sei dankbar wirklich für alle deine Kapazitäten. Sei dankbar für das, was du im Leben bekommen hast und was du noch bekommen wirst. Leute, hört auf euer Herz. Das ist ganz wichtig. Teilt euch auf der Arbeit mit den Menschen, die euch gut tun. Und Menschen, die ein bisschen länger brauchen, um euch zu mögen. Ja? Gebt ihnen trotzdem euer Herz. Gebt ihnen trotzdem eure hilfende Hand. Weil es ist wichtig, dass ihr auf der Arbeit kommende Woche wirklich stabil bleibt. Damit die Liebe funktioniert. Damit ihr aus der Gesundheit wieder ein bisschen mehr Kräfte schöpfen könnt. Ja? Damit auch die Kohle wieder ein bisschen läuft. Damit auch familiär alles läuft. Wir haben das Thema Familie, Freunde. Wow, Leute. In der kommenden Woche gibt es ganz schön viele Höhen und Tiefen. Wir haben hier eine Riesengruppe von euch, die Menschen hinter sich lassen müssen. Die sich trennen werden von Familienmitgliedern, von Freunden. Menschen, die einem nicht mehr gut tun. Bitte verzeiht, ich muss heute was schneller reden. Weil ich muss meine Stimme schonen. Und ich will dir diese Botschaft definitiv so gut wie möglich noch mit auf den Weg geben. Okay? Also wir haben hier im familiären Rahmen Menschen, die versuchen nochmal den letzten Kraftaufwand zu machen, um die Zerrissenheit zwischen Familien wieder zu festigen. Ja? Dass man wieder versucht, Freundschaften aufrecht zu halten. Dass man hier versucht, Frieden reinzubringen in der Situation. Man möchte gerne das Leben wieder füllen, weil man sagt, ey, ich vermisse aber meinen Freund, ich vermisse meine Familie. Du möchtest hier gerne wirklich Glückseligkeit haben im Thema Familie und Freundschaft. Für viele wird es der Traum wirklich sein. Viele werden es schaffen, in der kommenden Woche die Familie wieder zu vereinen. Ja? Miteinander zu reden, seine Fehler zu erkennen, sich bewusst zu werden, was falsch gelaufen ist. Es gibt hier für einige schon die Möglichkeit, nochmal das Ruder rumzudrehen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss hier ein bisschen aufpassen. Warum? Viele von euch stehen an einer Kreuzung, wo ihr genau wisst, es gibt hier immer noch Personen, die dir nicht gut gesonnen sind. Es gibt hier immer noch Personen, die versuchen hier auch in den Freunden untereinander Unruhe zu stiften. Ja? Also ich merke, dass einige den Schritt auf die Familie zugehen werden und auf diese Freundschaft. Aber mit einem Zacken vor sich. Guck mal hier, Akzeptanz. Was habe ich dir gerade gesagt? Guck mal, die Hand Fatimas. Das ist der Schutz auch, ja? Ich habe die Hand Fatimas auch. Das ist ganz toll. Der Engel der Akzeptanz sagt, es ist wichtig, dass du in der Gegenwart die Ereignisse erkennst. Ja, die dir gut tun und die dir nicht gut tun. Bleibe im Fluss deines Lebens. Bleibe in deiner Mitte, in deinem Gleichgewicht. Deine Gedanken und deine Taten richten sich darauf, in die richtige Richtung zu gehen. Leute, wenn ihr merkt, dass euch irgendjemand nicht gut tut, aussortieren. Okay? Heute lautet die Botschaft des Engels der Akzeptanz im Thema Familie und Freunde. Ganz wichtig. Ja? Nimm die Dinge an, wie sie sind. Das ist die Voraussetzung für deinen inneren Frieden. Nimm jeden Menschen so, wie der ist. Und entscheide, ob du damit langfristig klarkommen wirst oder nicht. Leute, ich danke euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch allen eine gesegnete, wunderschöne Woche vom 14. September bis 20. September. Passt auf euch auf. Gebt der Liebe der Gefühle eine Chance. Achtet auf eure Kohle. Achtet auf alles, was euch wichtig ist. Setzt eure Grenzen. Okay? Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du in deiner Energie bleibst. Und bedenken, private Legungen schreibt mich bitte an, weiterhin per WhatsApp. Und wenn deine Intuition dich zu mir, zu Alleiner Tarot führt, ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese Nachricht zu hören. Okay? Ich wünsche dir eine gesegnete Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye.